Strahlend blauer Himmel, Eis ist kälter und lecker Schaschlik-Grün. Heute vorbereiten wir mit Schaschlik in Russland mit meinem Freund Gabriel und Russland. Wir haben es gekauft und jetzt freien es auf dem Kohl, ja? Ja, Kohl. Ja. Hallo. Heute ist ein wunderbarer Tag, es ist nicht kalt. Minus 20 Grad, er sagt nicht kalt. Ein kleiner Blick auf die Nachbarhäuser, der kleine schöne Garten, die Spitze der Kirche, oben die Strommäste und da oben wohne ich geradeaus im zweiten Stock. Jippie, Schaschlik am Morgen. Ja. Zuhause ist natürlich gut, aber wenn es auf der Straße ist, ist es viel besser. Mehl, Ucha sogar. Wenn es auf der Kiste ist. So, ich bin jetzt hier mit meinem neuen Kumpel Russik und wir essen jetzt gerade ein bisschen. Erzähl was. Ja, ich bin nicht gewöhnt, in der Kamera zu sprechen. Dann lern es. Erst ein bisschen schüchtern. Was gibt es zu trinken? Dann haben wir einperrenter für Abend. Es ist auch einperrenter für Abend. Es ist auch einperrenter für Abend. Es gibt es. Es gibt es. Es gibt es. Post. 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 Für unsere Heil. Heil. Auf Wiedersehen! Wir haben den Schrauben, wir sehen uns in den Mund. Es tut sich so gut. Es ist so schön. Sie müssen es nicht schrauben. Sie können es nicht schrauben. Es ist so schrauben. Es ist so schrauben. Ich sage, sie können es nicht schrauben. Es ist so schrauben. Die manchen machen jetzt. Aber es ist so schrauben. Und dann kann ich mich auf expon gehen. Es ist so schrauben. Es ist dir das, es ist zu schrauben. Ich habe das, dass es, dass es ein bisschen sag. Man kann ja auch nicht auf dem Samstag sein. Man kann es ein wenig. Man kann es nicht nur auf Instagram tun. Man kann es nicht nur aufgeben. Man kann es nicht nur aufgeben. Vielen Dank.